Der Video wird auf jeden Fall gesplittet, habt ihr mir gerade angezeigt, 47 Minuten und der Rest geht dann aufs andere Video schon auf, also aufs neue dann noch. Zwei Teile wie gesagt. 60 Euro, 1 Euro, dann 2 Euro. 5 Euro, 2 Euro. Habt ihr welche runtergeladen oder ist er auch in Pause? Wo? Ja, da wo du vorsitzt. Auch Pause? Alle beide? Ah, okay. Alles Pause, ne? Ja, so ist das auf jeden Fall. Ach so? Was? Es wird ja langweilig gemacht. Fragt die Leute mal, was die von einem Livestream halten wurden. Ja, genau Leute. Kommentiert mal, was ihr davon haltet. Dann werden wir eventuell Samstag in alter Frische abends einstarten wollen. Oben stehen geblieben. Ähm, ja wie gesagt. Schreibt mal was rein. Hau doch mal die 300 direkt rein. Echt ey. Ja, ballert mal rein, hättet ihr Bock da drauf. Dann werden wir einstarten. Wenn viele für ja sind, machen wir das. Wenn viele keinen Bock haben, machen wir das nicht. So is it. Komm doch rein da oben bitte. Gib doch die 4 auch noch hinterher, ey. 61 sag ich, obwohl das 160 sind. Göni, wo ist mein Kaffee, Alter? Ah, da drüben. Tu mal kurz bitte. Jo, danke man. Komm, werf mal deine vergammelten Bücher jetzt hier rein, Mann. Läuft direkt schon wieder voll schnell auf Absuch hier. Ja. Na. Na ja. Bleiben jetzt auch einfach hier live drin. Damit ihr das Ende auch noch komplett mitverfolgen könnt. Ich glaube wir haben heute wieder gut paar Videos rausgehauen, die auch relativ lang gingen. Boah, da ist relativ. Die waren lang. Die waren lang. Wieder versucht das Beste zu geben. Wir haben das Beste gegeben. Ja. Nur die Geräte geben niemals das Beste für uns. Ja, leider nicht. Mach mal Geld da rein, damit die Scheiße laden kann. Hier auf der Abschiedstournee heute. Nichts mein Freund, was soll ich machen? Was soll ich tun? Macht nichts. Soll ich abhängen? Mit nach Hause nehmen? Ja, der will nicht kommen, siehst du doch. Ja, der will nicht kommen, siehst du doch. Ja, der will nicht, Mann. Was soll ich tun? Der hat die Schnauze voll. Obwohl er nicht was gemacht, gar nichts gemacht hat. Ja. 130 Euro, ja. Oh, jetzt sind wir auf Rettungsspielen. Yes, mein altes Lieblingsspiel. Früher auch nur 2 Euro, 4 Euro, 5 Euro gespielt. Machen wir mal ein bisschen hier aus Lüx und Dollerei. Klar macht der jetzt hier schön einen Leerlauf, klar. Das letzte Mal war vor knapp, ich denke mal, ist auch schon 10, 11 Jahre her. Pleite fast, rübergegangen, 2 Euro, 200 drauf, Bücher, Pleite gegangen, wieder rüber, wieder 200, 300 drauf. Und irgendwann kamen dann die 5 Bücher auch eine gute Serie. Ja, genau. Das war noch geil früher. Aber da war ja 2008, 2009 rum. Kann man ja mit dem Programm nicht mehr vorgleichen. Yes, 4 Euro, wir sind zurück. Wir geben jetzt Gas hier. Klar geht's mal Gas. Klar wird er uns noch retten, wie in alten Tagen. 50 Euro. Was? 50 Euro? Ja, 78 Mann. Noch einmal so kommen. Noch einmal so? Noch einmal? Willst du mal Fernseher kommen mit uns? Ja? Gib einmal Fernseher für uns. Ten Nobet ist schon wieder 아마 frei, also Job Fernseher, die先 in Afterdam in Lindsey, wie bei Kyauan, sehr viele Autor tissue. Bis jetzt mal zu妳. Einem am Augen. Ich bin auf Independen bis cess auf der Auto. Bei uns sind dann auch wichtig, die Pizza sind. Er rein. Er ist kein Mensch. Ich bin Kendall. User ein bisschen mehr retirer.